Dedenk Entertainment. Einer der Markenspiele, die ist also einer der Aushängeschilder von Dedenk Entertainment. Und damit, neben Deponia, das Spiel, was Dedenk Entertainment auszeichnet. Ja, und damit sehr gegrüßt, mein Nebenswerge Gino Moritz und erinnert mich noch mal offiziell zu Edna Brecht Aus, Anniversary Edition, die Jubiläums-Edition von Edna Brecht Aus. In grafisch aufpolierter Variante, in 16 zu 9, im praktischen 16 zu 9 Format. Wenn ihr euch daran erinnert, das Original war im 4 zu 3 Format. Da hatten wir rechts und links ein paar unschöne Streifen. Hier unten sieht man ein bisschen Wärmung für andere Dedenk Games. Flinkdose finde ich zum Beispiel. Oder Unwails. Auch ganz gut spielender. Ja, also jetzt wird keine Werbung sein. Eigentlich schon. Unbezahlte Werbung. Der Lick ist geil. Ich freue mich schon auf das Golden Game dieses Jahr. Falls das rauskommt. Gut. Na dann. Es gibt hier schon einen Spielstand, den ich irgendwie gespeichert habe. Sollen es aber nicht weiter jucken. Wir starten ein neues Spiel. Und legen los mit Edna Brecht Aus. Again. Let's play again, wenn man es so will. Auf gehts. Daedalic präsentiert. Ein Spiel von Poki. Dann glaube ich erinnert Carsten Fichtelmann. Arjan Gottsdieb als Edna und Alexander Tilley als Harvey. Musik von Fünf Seeniger. Olaf Kaspar, Felix Engel, Jan Müller Michaelis. War beim Programmieren dabei. Jan Müller Michaelis hat das Charterdesign, die jede Kunst gemacht. Oha. Gefangen. Was ist los? Ach nichts. Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du. Pah. Pah. Sachte. Oha. Und damit jetzt richtig. Willkommen zu Edna Brecht Aus. Advan. Äh, 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 äh. Anniversary Edition. Ein Beklopter, ein Stoffraser und Edna brechen aus. Ja. Ich kann nur mit Harvey reden. Reden. Ähm. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich nur um ein Mitverständnis handeln. Ein großes Irrenhaus, äh, ein großes Missverständnis. Ein großes Irrenhaus auch, ja. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Es sieht aber ganz anders aus. Deswegen haben wir ihn nicht erkannt. Wie geht es dir, Harf? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich raus kämen. In der Anniversary Edition sieht er ganz anders aus. Ich schau mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Auf jeden Fall. So, na dann. Schauen wir uns hier mal um. Und versuchen auf der Zelle hinaus zu kommen. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Lüftungsschacht. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht wenn es ein Billardtisch wäre. Tja. Stuhlbein. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Sehr abschraubbar. So. Ja. So, wie wärs denn? Habe. Das puren Instinkt ist ja nicht so, dass wir das schon endlich mal gespielt haben. Und dass das Privat schon 400 Mal gespielt habe. Das klappt so nicht. Ähm. Das ist ein Stuhlbein mit Harvey. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Hm. Ich dachte. War das nicht so? Ja, ja. Stuhlbein. Super. Wir brauchen etwas Spitzes, Edna. Hm. Okay. Wenn du mich falsch anhörst. Willst du Stuhlbein benutzen mit Tisch? Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Du musst kurz mal zwischen den zwei Optionen wählen. So. Dann. Wie wäre es hiermit? Kratzen wir mal hier ein bisschen rum. Schlitzen wir mal hier das Post auf. Natürlich wird sich Story hier ein. Aber in dieser neuen Version. Hage nur die gleiche sein. Nur die Grafik ist ein bisschen anders. Aber es ist schön das. Nach der langen Zeit wieder zu spielen. Ist jetzt schon. Über zwei Jahre her. Wenn ich mich richtig. Eindere. Das war es gestreamt haben zum letzten Mal. Da wird es langsam Zeit für ein. Let's Play Game. Wenn man es auf YouTube sieht. Wahrscheinlich sogar. fast drei Jahre schon hier. Ich werde es auf YouTube dann. Das kann ein bisschen dauern. Ich meine. Ich habe froh, dass im Anschluss. Wann das sein wird. Ja. Da fragt er mich was. Im Anschluss an. An mein The Witcher Live. Let's Play. Wenn ich das hochladen. So weiß der Himmel. Wann. Wann. The Witcher. Wie viele Parts das haben wird. Und. The Witcher 3. Wo wir damit durch sind. Dezember 2023. Schätzungsweise. Ja. Genug von anderen Projekten. Okay. Das können wir nicht schlitzen. Können wir da schlitzen. Können wir da schlitzen. Können wir. Hier können wir auch schlitzen. Yay. Warum wir hier nicht schlitzen können. Das frage ich mich seit dem ersten Radendenbericht aus damals. Was. Ach ja. Was noch sagen würde. Ich spiele das Spiel. Natürlich nicht blind. Ich kenne die. Ich kenne die. Ich kenne die. Lösung. Meine schon. Ich werde mich manchmal blöd stellen. Und manche. Lösung nicht auf Anhieb wissen. Weil es ist schon eine Weile her. Schon bei Herchen. Der ist schon ein paar Jährchen her. Herrchen. Ja genau. Dieser Schlitz. Das sieht verdichtlich aus. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Das hast du Edna. Das hast du. Ein Kunstwerk. Mhm. Okay. Wie wäre es wenn wir jetzt mal ans Gitter knopfen. Mh. 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 Ich behaupte auch mal, dass die Sounddateien dieselben sind. Das ist das. Ich dachte hier. Das jetzt hier. Das hört sich ziemlich genau so an. Hallo. Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Das werden sie ja nicht neu aufgenommen haben. Wir fragen einfach mal alles durch. Das letzte ist wie immer bei Part of the Big Adventures. Ihr kennt's. Die letzte Antwort ist die Möglichkeit. Das ist immer die weggehe Antwortmöglichkeit. Ich hau ab. Ich verlasse den Dialog. Wo bin ich hier? Schätzchen. Wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Da fröre jetzt aber ziemlich viel. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau. Sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Hehehehe. Es auf nichts ging, Harvey. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Ja. Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Ja, oder so. Die Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ja, klar. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Äh, wie wär's damit? Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh. Wirklich? Ich muss mal. Ah. Der gute alte, ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Scheinbar ja. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Das werden wir ja sehen, wie man auf die Spiel ist. Sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Okay, ja. Das hat man. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja. Das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Ich habe Hunger. Essen gibt's um sechs. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Aber es ist 18.50 Uhr. Ich wünsche dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. Das sind auch mehr Personen. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Oh. Ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Ja, und zwar... Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Ach, dieser Tolle. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Dem Türsteater-Turnier. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in deiner Mannschaft oder so? Oh. Haha. Ich... Nun. Ich spiele Golf. Mini-Golf. Jep. Mini-Golf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stelle dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Oh. Das war die Krümel nicht aufheben können. Das juckt mich immer wieder. Und wir untersuchen mal diesen Spalt hier. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Aha. Was meinst du dazu, Harvey? Hast du das auch gesehen? Dahinter scheint es weiter zu gehen. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Hm. Vielleicht... Oha. Ein Lüftungsschacht hinter dem Polster versteckt. Und bevor wir das machen, hier nochmal kurz... Hey! Hallo! Na Süße? Was gibt's diesmal? Die Dialogoption noch zu Ende machen. Die müssen wir eh machen, um da durchzukommen. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Nein. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn die aus einem Wahlkiefer geschnitzt? Ha! Der Wahl muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Natürlich. Dein Schläger interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Das zeigt nur, wie wenig du von Sport verstehst. Was uns zurück zum Thema bringt. Ma-ma-ma-minigolf! Was willst du noch über den Sport der Angestellten des Monats wissen? Aha. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Hm. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich lasse dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Wird noch was anderes mit ihm. Hey! Hallo! Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Minigolf? Sehr schön. Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Hm. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Das ist ein bisschen komisch. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt? Yep. Erzähl mir mehr. Es ist ein Ort. Yep. Den bekommst du. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir. Aus klapprigen Händen. Sein Stiesel und Sohn Titanium-Siebener-Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Das wird immer ein bisschen fies. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Ähm, tja, nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Jep. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Das ist sehr gut gemein. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genugula, warst du das jetzt oder willst du noch was wissen? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Oh nein. Schießt die Klimaanlage aus. So, die Klimaanlage ist ruhig. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Aber der ist zum Glück ruhig. So, wie wärst du denn mit den Schrauben? Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Erzähl mir mehr. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Das ist ja schon eine Harvey. Erzähl mir was. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Ähm... Konnte ich zehn Minuten lang die Luft anhalten? Nein, das ist kein Borschtippot. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? Ähm... So funktioniert das nicht. Vergiss nicht. Ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Ja. Nobody is perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann Tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Wie toll. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit Tempomorphen? Ja, bitte. Was genau meinst du mit Tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Und ab in die Vergangenheit. Zeitreisen. Untertitelung des ZDF, 2020